Keks von Tormus. Nee, Keks von Tormus. Aber nee, es ist die Sammelkarte für die Keks. Die Sammelkarte von dem Gegenstand. Ja, natürlich, schade. Ganz wichtig, wenn wir kurz speichern. Das ist tatsächlich wichtig. Ich bin total beeindruckt, dass wir hier die Telefonschnur animieren. Und Alter! Ja. Holy shit. Das haben wir schon mal vergessen. Fuck. Selbst die Fliegen spiegeln sich, oder? Schade, dass die Interface-Elemente sich nicht spiegeln. Oh, dieses Telefon über... Spiegeln sich die Fliegen? Nee, die spiegeln nicht, glaube ich. Nee? Oder? Doch. Doch, ja, ich sag das recht. Holy shit, dude. Prioritäten richtig gesetzt. Ey, wir könnten das Spiel entweder so machen, dass es nicht alle drei Stunden abstürzt. Man hört dann nichts, wenn man startet. Nö, ist da auch nichts drauf. Doch, man hört einen Stöhnen oder so. Klingt ominös. Was schwebt denn da über dem... Kirschkuchen. Oh, lecker, lecker. Damn, Gott, cherry pie. Oh, ich glaub, ich hol mir heute so einen Kirschkuchen. Nee, lass das mal. Was? Warum das? Warum? Hol dir mal lieber so eine Streuselschnecke oder so. Ja, Streusel ist auch so... Nee, nicht Schnecke. So ein Streuselkuchen. Ja, oder Streuselkuchen. Oh, da hätt ich grad richtig Bock drauf, Alter. Ja, weiß ich doch. Oh, da hätt ich da Bock drauf. Oh, krass, hab ich da Bock drauf. Hä? Hä? Guck mal, da ist ungefähr so... Trippel-Schrittchen. Mehrere Fußabdrücke. Der Täter muss im Zimmer gewesen sein. Abdrücke nasser Schuhe. Hier geht gerade in real life die Kirchenglocke so krass ab. Das passt irgendwie schon dazu. Ich hab schon mehr als zwölfmal geglockt. Ich glaub... Ja, mittags ist immer... Ich glaub, bald ist es los. Der Raincoat-Killer ist unterwegs. Ist hier nach Berlin. Was haben wir hier? Pizza. Guck mal, die Farbe von dieser Pizza. Die ist schon richtig alt. Hier. Jesus. Ja, das könnte auch so vier Käse oder sowas sein. Was sind das für Bilder? Wieso stehen dann noch... Ach nee, das sind Platten, oder? Hawaii. Motiband. Motiband. Saymaster. Skymaster. Saymaster. Saymaster. Und Ground. Und Ground? Ground. Ground ist gut. Es ist groß, es ist rund. Hallo, Grund. Ich bin großer Fan von Ground. I love Ground. Da spiegelt sich tatsächlich... Das ist wirklich verrückt. Das Safepoint. Der Lutscher spiegelt sich... Nicht Safepoint, sondern... Der Lutscher. Ich denke, was ist Safepoint, aber es ist ein Lutscher. Still den Hunger ein wenig. Zigarette zum Zeitvorspulen. Zigarette stark. Fördert den Krebs ein wenig. Das sind die leichten Zigaretten. Die schlafen Zigaretten vorher an den Krebs sehr. Sehr. Um diese Kleiderpuppe kümmert sie sich aber wirklich gut. Wer ist denn sie? Ihre Kleider. Wer ist denn sie? Ich glaube, das ist eine falsche Übersetzung, weil es der Thomas Wohnung. Glaubst du denn noch eine Tür? Was soll ich denn sonst machen noch? Hier durch? Ah, okay. Thomas ist halt auch... Ist halt... Okay, ist auch nichts. Und ab und zu auch eine Sieg, scheinbar. Kann ja alle machen, wie sie wollen, aber was soll... Kann das sein? Geh bitte nochmal kurz durch die Badezimmertür. Okay. Ja. Ja, und nochmal zurück, bitte. Öffnet sie sich falsch, oder... Sie gehen nach innen und außen auf. Achso, nee, du meinst, weil der Türknopf an der einen Seite... Ach ja, stimmt. Ja, und vor allem... Nee, da sind zwei. Hier öffnet... Ja, hier geht's in die Richtung. Nee, da auch. Nee, da auch. Nee, also, dann ist das andere ein Scharnier, oder so. Ich dachte, das ist eine Klinke. Okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Bestes Spiel. Hm. Da jetzt hört man das Ding im Hintergrund. Ja, ja. Und kaum wird's ein richtiges Rittel. Wollte ich vielleicht das hier ausmachen und nur drüben anmachen? Ja, das drüben macht, glaub ich, das Ding. Aber ich dachte, die waren ja standardmäßig beide aus. Deswegen weiß ich nicht, warum ich so beide ausmachen sollte. Hä? Ah, hier ist noch eine Tür. Auch noch ein Badezimmer. Achso, das geht ja von oben. Nee, ist ein anderes. Das ist ein zweites Apartment. Schuhe von Thomas. Moon Journey. Sie sind die besten Namen von Dust Bands. Die Schuhe fand man in der Wanne. Also ich jetzt gerade. Sie sind nass. Es blieb keine Zeit, sie auszuziehen. Was? Was? Bevor sie nass wurden? Wann? Ich verstehe nichts davon. Es blieb keine Zeit, sie auszuziehen. Er meint vielleicht, bevor sie nass wurden? I don't know. Ach, bevor er reingekommen ist. Vorher reingekommen ist, ja. Deswegen sind die Fußabdrücke dann. Es blieb ich für diese einzelne Schuhe. Das ist die schlechteste Fall- und Tatort-Ermittlung, die ich in dem Spiel hergesehen habe. Das ist unglaublich. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das schon vorher gesehen haben. Ich bin mir relativ sicher, dass wir vorher schon eine Cut-Zien hatten, wo wir Thomas in Frauenkleidung in so einem Club singen haben. Gesehen, haben, taten. Könnte sein. Haben wir dann festgestellt, dass das Thomas ist? Ich glaube, ich erinnere mich da überhaupt nicht dran. Wow. What? Es könnte gut sein, dass wir nicht bemerksam haben, dass das Thomas war. Das kann gut sein. Warum ist jetzt sie? Weil die blutrot war. Hast du ja abgeschwacht. Wir haben ja gespeichert direkt dort. Das ist ja gut. Das maximal funktioniert. Das Game. Es zerrt schon wieder. Ich habe das Gefühl, es ist schlimmer geworden. Ja, ist es auch so. Also, ab im laufenden Spiel so abgestürzt, ohne dass man irgendwas gemacht hat, hatten wir selten vorher. Da sind wir wieder. Da sind wir. Die Endeff hat sie das gerade. Okay, sehr gut. Ich glaube an dich. Ja. Sind doch schon. Wir sind. Wie sie gerade rein sind. Ach so, wie eine Lampe. Ich denke, wir haben uns ja darin gesehen. Ich finde immer krass, dass er anfängt zu rauchen am Tadol. Was ist denn das für ein Fenster? Ist das ein Fenster? Aber da links ist doch ein Spiegel. Da hängt ein großer Spiegel neben einem kleinen Spiegel. Na ja, es gibt doch. Ja, ich habe auch viele Spiegel. Ich habe auch mehrere Spiegel. Nebeneinander. Ja, eigentlich unmittelbar nebeneinander. Na ja, also. Das ist doch schon okay. Was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst? Nur dabei sind wir noch mit reingerannt und dann kam der Speicherpunkt. Also nicht viel? Ne. Warum ist eigentlich die R-Taste okay, aber so bestätigen allgemein? Können wir darüber reden? Für Righty Right. Ah, für Righty. Für Righty. Für Righty. Vielleicht für Readyy? Vielleicht für... Es ist eine Taste, die wir noch nicht belegt haben. Warum nehmen wir sie nicht? Wir hätten die am Haus parken sollen. I am the one. What the fuck? George hat keine Zeit. Was war denn das gerade? George muss sich beeilen. Die haben alle diese... Ich wollte gerade sagen, haben die das alle freigeschaltet? Alle diese Fahrphysik. Ich glaube, Autos fahren grundsätzlich jetzt doppelt so schnell. Das kann doch ja sein. Was? We don't have to make a fuss. Thomas isn't going to leave town. Du wirst erst mal wieder ein paar Gegner tothauen, ne? Ah, richtig. Nee, müssen wir nicht. Aber die ganze Stadt ist jetzt im Alptron-Modus, wenn ich mich recht erinnere. Oh, geil. Das sieht so gut aus. Mit dem FB-Einwantel. Grausames Gerät. Ist einfach, wenn es so ein Umhang wäre, wäre ich dabei. 20 grausames Gerät. Ach, 20 ist die Kapitelzahl. Genau. 20 grausames Gerät. Und Shakespeare-Satz. Grausames Gerät. Oh, weh mir. 20 grausames Gerät. Du zahl, kommst nach 19. Was war das? Oh, ist gerade jemand umgefahren? Ich glaube, ja. Das hat die Sporn halt vor mir. Ach so. So ungünstig für die. Grausames Gerät ist übrigens der Spitznummer meiner Mutter. Hm. In gewissen Kreisen. In dem du dich aufhältst. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der schnittige Verrocks mit einem Gerümpel wie dir. Ich glaube, tatsächlich, wir haben alles, was es zu bereden gab im Auto, ausgeschöpft. What the fuck? Wir haben aber leider keine. Ach so. Oh no. Das ist, glaube ich, das erste Opfer gewesen, das wir im Auto gefunden haben. Zeig mir dir am Baum, oder? Genau. Anna? Wie ist der? Oh, ich bin ja wahnsinnig. Was für ein Experte. Aber Anna, wird sie ausgesprochen? Anna. Guck mal, das ist B-Nach. Anna, Bodica. Das ist D-Nach. Anna, Kondi. D-Nach. Jokes. Ach, da steht sie. Oh Mann, ey. Cool, müssen wir aussteigen und die so hinterher rennen. Coming, Anna. Das sind also Frau, phylaktischer Schock. Weib stehen. Oh no, it's the ghost. Ghost. Das ist das großeste Stadtatmosphäre seit Silent Hill. Vor allem mit der Musik. Sagt es Silent Hill, ich meinte Highlander. Seid froh, dass man eine andere Musik spielt, wenn wir spielen. Guck mal, er singt auch die ganze Zeit. Anna, 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 Anna. Meinst du, das ist Jorg? Anna, 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 Anna. Robin, dein Herz. Lass ihn doch einmal. Du passt so gut auf mich auf. Naja, wenn man voll ist, muss man nur fünf Minuten warten, bis es sich halt wieder regeneriert hat. Also es ist gut, dass du Bescheid sagst. Oh, die Framerate, wenn ich ihr näher komme, das ist eines dieser Spiele. Die Monster Hunter. Was die Framerate der Gegner senkt, wenn sie zu weit weg sind. So, dass es dann so Top-D aussieht, nach Distanz, ja. Was war das denn? Was war das denn? Die Vögel! Die Vögelreffen wie an! Ey, Hitchcock, Alter. Diesen Teil der Musik, ich kann mich nicht hinterlernen, den ich schon mal gehört habe, ey. Oder das ist nicht bewusst. Vorsicht, Ausdauer, also hier. Herz, 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 Herz. Er wollte es ausreizen. Ja? Ne, ich habe es noch nicht gesehen. Leo ist einfach mein Schutzengel. Warum hast du denn erst beim sechsten Mal reagiert? Weil, ich weiß nicht, ich habe immer noch die These, dass wenn man hinten sitzt, einfach ein Dimensionsriff dazwischen legt. Alles dauert fünf Minuten länger. Wie in Event Horizon. Geht das nur in eine Richtung? Ne. Also so ging es mir immer. Ich habe euch immer gut mitbekommen, aber ihr mich nicht, weil ihr mich nicht gesehen habt. Für mich geht es in beide Richtungen. Weil ich sehe Leo auch nicht. Laufen wir hier im Kreis, oder was? Das ermöglicht. Hier ist dein Auto. Fuck. Come on, Anna. Oh, ein Geisterflugzeug. Nein. Ein Spoopy Ghost. Guck mal, das Alfreds General Store. Ist das eigentlich nicht unser Auto hier? Nee. Ich glaube, es steht rechts. Alfreds General Store sieht aus wie ein Porno. Wir sind auf jeden Fall im Kreis gelaufen. Weil hier sind wir gerade ran gerufen. Tragen wir hier ran vorbei, oder was? Ja. Jetzt geht ja rechts. Hä? Hä? What? Ich glaube, sie verscheißert sich einfach nur ein bisschen. The fuck? Ach, das ist doch bestimmt so. Vielleicht sollen wir die Gegner umbringen in der Zwischenzeit? Das könnte sein. What? Tut mir leid, Jörg, aber du stinkst. Stinkst, stinkst. Aber es ist Regen. Regen stillt. Aber der hat keine Soundeffekte. Regen stillt, das stinkt. Das ist mehr so Nieselregen. Da kommen sie. Yeah, ich hab sie alle getroffen. Aber irgendwer hat sich auch getroffen. Ja. Da kommt noch einer. Zeig jetzt nach links. Nee. Doch, jetzt geht's gerade aus. Gerade ging's hier nach rechts. Holy shit, die haben einfach wirklich... Die haben einfach deine Zeit verschwendet. Also unsere... Unsere. Sogar der Song musste gerade neu starten. Weil du so lange brauchst. Ja, und wohin jetzt? Tja. Oh Gott. Also nach vorne oder links? Ich würde sagen, gerade da. Da ist sie. Gott sei Dank. Ist aber geschlossen. Bis morgen, der kommt. Hey! Komm her an mir. Bitte, bitte stürze jetzt nicht ab. Bitte. Unnötig. Boah. Wirklich unnötig. Das war nicht Krokett, das war einfach... Kroppi. Krokett? Kroppi. Kroppi. Sie gucken so Krokett. So frichiert. Das finde ich so gut. Wenn eine Frau das könnte, wie eine Krokette aussehen. Knusprig. Oh. Lecker knusprig und saftig. The Trap. Der Träger muss ja nicht nie sinker. Du sollst mir alles einfach lassen. Also Türen so auf und zuzumachen, da muss so lange es für FBI-Agent sein, glaube ich. Fast 15 plus 1 Kugeln. Oh Gott, bitte lass mich speichern in dem Ding hier irgendwo. Schnell. Du bist jetzt einfach verfolgt. Oh ja. Ach, Quicktime? Wir hatten noch einmal dieses... Ja, ja, das wird auch noch. Ich glaube, es hat nur so schon zweimal... Wo man sich verstecken musste. Erst verstecken und dann wegrennen musste, indem ich ganz einfach... Aber erst mal eine Ziggy. Was grundsätzlich eine schöne Idee war. Wo es so auf der 360 mit drei Frames lief, weil es... Ja, das stimmt. Wenn es ein Fenster gab. So kann der Killer dann dem Tabakgeruch nicht folgen. Die stinken, glaube ich, so sehr. Der Tabakgeruch wird da nicht viel ausrichten können. Jörg hat gerade gesagt, er wäre gerade fast selbst zu einer Göttin des Waldes gekommen. Ja, weil das war doch das, was Emily erzählt hatte. Dass quasi die, die umraut werden, zu Göttern, Göttinnen des Waldes wurden. Nee, nee, ich erinnere mich und so weiter und so fort. Ich bezweifle bloß irgendwie, dass 25 Morgen eine Göttin des Waldes geworden wäre. Er wäre voll die schöne Göttin des Waldes geworden. Er kann sein, was er will. Und wenn er ein Hund sein will, bitte. Ist hier irgendwo ein Speicherpunkt? Der Hund des Waldes. Yes, yes. Glaubst du, Göttinnen des Waldes dürfen solche Anzüge getragen und stinken? Das wäre so lustig, wenn du jetzt bei der Karte abstürzt und wo du guckst hast, das wo du abspeichern kannst. Oh, Gott sei Dank. Na? Beim Speichern, Crashen, Spielstand korrupt. Fuck das. Yes. So, wollen wir einmal kurz die Klamotten waschen, dass wir sie später wieder anziehen können? Nee, können wir. Haben wir noch was Alternatives zum Anziehen? Ja, wir können die. Ja, ja, unser Standardding. Aber können wir leider gar nicht. Oh, das schöne Lokal. Dann müssen wir wohl weiter stinken. Brennt. War da gerade Gras auf dem Boden? Ach, mir ist das egal. Einfach hinnehmen, Mann. Oh, das ist die Flashback-Musik. Oder die mysteriöse Raum-Musik. Das ist das? Was haben wir hier? Jason Derulo. P auf der Sicht, Zigaretten. Ja, stimmt. Er hat auch gerade die Meinung gehabt. Jetzt rauche 2. bis wann nehmen wir nicht auf nur wenn ich sagen wenn ich auch wenn so und naja also sagen soll welche uhrzeit ja so 13 30 okay aber natürlich hart interessiert an dem ich habe mein stream für heute abgesagt ist dass wir haben das unsere schuld weil das wollten wir natürlich nicht ich meinte ja natürlich ist alles für die leute der speichert sich seine zigaretten in dem weist wird er doch dieses näher so wie es hat speichert sich die zigaretten so sagt man das oder das ist als material an geraucht hat lecker schicken und kasten wieso stand da kasten sie das lecker aus als kasten schenken ist auch wenn ich mein abendessen nicht rot rot bär jetzt aber was gegen die geister nice ja genau ich speichere mir auch immer mein rest essen für den fachs immer in die hosentasche wenn auch den kellner fragen können sie mir drückst ihnen so eine memory card in die hand und dann sagt der kellner speichervorgang läuft und dann drückt das da langsam rein bitte bitte schalten sie ihren restaurantbesuch nicht ab bitte sterben sie nicht ja ein paar mal rum